So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesetzung von Life is Strange. Wir haben ja letztens die Zeit zurückgedreht und den Tod von Chloes Vater verhindert. Und dadurch ein bisschen Chaos gestiftet und verstehen die Welt nicht mehr. Und an dieser Stelle fahren wir jetzt fort und schauen mal, was passiert. Wir machen erstmal nur Fotos und Fotos und... vorhin auf Life is Strange. Woah! You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, Stelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello, are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Oh, yeah. I've already wanted to do that now. Yeah, that's what I know. Life is Strange is... It's a game, in which the game decisions are important. ... 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 Ich meine, das nicht in einer schrecklichen Art. Nicht total. Du hast wahrscheinlich versucht, zu evitieren wunderschöne Gespräche wie diese. Uh, ziemlich. Ja. Das Schlimmste, was du kannst, ist mich wie ein Baby. Ich will immer noch lachen und sprechen mit meinem Freund. Kannst du uns aufhören? Das ist wirklich das beste Bild von der Sonne. Was haben die Fotografer? Die Goldenehauer. Schöne? Oh, ohne dich hier hätte ich keine Ahnung. Aber du kannst ein paar fantastische Bilder nehmen. Die beechte Wälder sind so schade. Ich weiß nicht, wie sie fühlen. Zumindest, ich bin hier mit dir hier жив. Genau, ich wollte gerade sagen, sie sind dort tot. Du bist ein echtes Überlebender, Chloe. Ich weiß nicht, dass du mit so viel zu tun hast. Ich will nicht, dass jemand anderes sorry für mich fühlt. Ich kann das tun. Along mit meinen Eltern. Mein Vater fühlt sich trotzdem schuldig, dass ich mir das Auto kaufe. Okay, wir, äh, wo ist mein Haus? Wir reden natürlich nur über den Unfall. Wir beschuldigen William nicht. Was? 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 これは子裡面です。 Es ist eine sehr hohe-technische Bühne. Es fühlt sich wie eine hohe-technische Bühne. Aber ich bin froh, dass meine Eltern die Bühne haben. Ich weiß, dass es schwer für sie ist. Sie sind froh, dass du hier mit ihnen bist. Genau. Besonders wenn sie nicht nur ein Gelegen. Ich bin froh, dass sie sich selbst fühlen. Ich bin froh, dass sie sich selbst fühlen. Ich bin froh. Ich bin froh. Chloe, du bist eine gute Frau. Du bist so nett und sensibel. Wenn du überhaupt nicht musst. Ich bin froh, dass ich immer meine Rage habe. Especially wenn eine Nurse muss, während ich eine Dumpf zu nehmen, so sie kann meine Bühne. Oder wenn die Doktorze mich aufhören, wie ich eine Science-Doll bin. Ich kann gar nicht vorstellen. Aber du bist noch großartig. Du hast immer schon, seit wir Kinder waren. Danke nochmal, Max. Ich, ähm... Ich muss meinen Drink aufhören. Kannst du mir ein bisschen Wasser bringen? So. Ansehen. Instead of handing Chloe a Bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? Armband ansehen. There's the old Chloe. Und der Halsband wahrscheinlich. Ansehen. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but... It would be fun. That is so incredible. And she can browse cat radio's on the web. Woah. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Max is... Man. Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Drink up Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here. Watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. It was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But... I am trying to make things right. How? Dude, you're not Super Max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max... The accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. I mean... I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies... Mom and dad are always broke and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe... You're priceless. Uh... No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Uh... I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Okay. So... Dann, schauen wir mal. Ansehen. Ich hab... Oh yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, das ist alles nicht schön. Okay. Wo haben wir einen Fernseher? Da haben wir einen Fernseher. Ich würde mich ganz gerne trotzdem noch hier umsehen ansehen. Chloe's Message Board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad, Max.